willkommen zu einer runde fort nein das haben wir der letzten folge das hätte ich aber auch mal kurz haben es wird es sieht auch ganz geil aus egal ich hab's habt ihr der folge schon wieder auch ganz geil das andere das haben ja 3 2 4 5 8 wir wechseln es geht noch mal ich weiß gar nicht wie viel ich schon aufgenommen habe heute am folgen fort night weil ich versuche ich muss vor produzieren bis zum season ende ja muss auch immer bis diesen ende vor produzieren weil ich in 22 tagen umziehe aufnahmedatum heute also quasi stand heute heute in 22 tagen ziehe ich um und da muss ich immer noch fortneit vor produzieren deswegen kommen auch die ersten tage zwei folgen damit die ersten 6 november folgen den krieg hallo den 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 der die docks nice wir sind als der docks gehen nein unser blut und da geht noch einer der docks oder wir schafft er niemals ich suche die tankstelle in der die docks wir suchen die tankstelle tschuldigung ich darf nicht immer nur von mir ihr seid ja auch noch da hoffentlich und die zone sogar fachbar dirty docks ist ja geil hey hey so kannister wärmer aber ich weiß nicht wo ein kanister steht ist das ding ist das problem wenn die kann wenn ich so ein kanister finden würde wäre ja geil dann könnte ich jetzt schön ehre die fette pamp um ich höre wieder eine special truhe ah lol sneaky sneaky ab 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 ich war jetzt mal wieder darauf ein normale pump wenig ich kann ja nichts ich brauche mich hier raus hier ist schneller ich finde auch gar kein kanister allerdings hat ja gar wohl tankstelle ist hier bei uns soll ich ja was hochjagen hier in der die dogs ja war er nice da ist der Sniper, nice das haupt problem wird sein diese blöde Dings zu finden das haupt blöde Dings jetzt kommt auch bei deswegen muss ja in der jobs versprengen wir müssen laufen wir müssen laufen nein 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 niemand schnee niemand schließt niemand schießt schneller als der meiter regel nummer eins niemand schießt schneller als dem regel nummer zwei die man schießt schneller als dem reiten jeweils schneller als dem okay es hat sie ein bisschen eingebildet an aber niemand schießt schnell als dem das passt nicht zu mir und nein die tante steht im weg oder und wir laufen durch wer der ist denn junge dann muss ich da hoch okay nummer zwei aber egal ich habe mitgenommen egal nein und ich drücke ihr da macht gar nichts ist klar wo kann der denn her daddy das auch mann der komm hey Okay. Double kill. Double kill. Double kill. Double kill. Double kill. Double kill. 6 kills, Alter. 6 kills. Junge. Fuck. 6 kills. Alter. Die haben... Das Thema hat gerade die 50er Marke geknackt. 7 kills. Die haben die 50er Marke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Alter, das ist nochmal 8, Junge. Boom. Alter. Fuck this shit, I'm out, Alter. Ich bin auch ein Key, ich bin 9, ich bin immer 9, ich bin immer 9. Ich hab, das geht doch nicht. Alter, direkt... Der Header? Und der überlebt's. Nee, ne? Ich hab, das ist noch ein Key, ich bin immer 9. Hau auf mein Kehl zu stehen, nein Das gibt's doch nicht Alter, nein, nein, nein Weh, ich krieg die neuen nicht hin, Alter Weh, ich krieg die neuen nicht hin, Junge Nein, da ist die neue Nein Nein Nein, nein, nein Nur dämlicher Acht, Alter Boah, Alter, nee Weiß ich, was du für Hexe angehabt Na Das wär Definitiv ans neuen Kills Ist mir scheißig auf der Arsch, es waren 9 Ein Header Mit einer Pumpgun Mit einer fucking epischen Pumpgun Ein Header Aus einer kurzen Distanz Muss den massig umbringen mit Schild Wenn einen schon eine gewöhnliche Pump Umbringen kann, One Shot Mit full Schild Alter, nee Amen Vielen Dank.